Willkommen in der langen Erle. Zusammen mit Götti und Mami, dahinten versteckt. Wo ist sie? Da? Sind wir heute mal zu Besuch bei unseren lokalen Wildtieren. Und zwar Rehe, Kirsch, Wildsau und Luchs, die wir jetzt auch gerade gesehen haben. Und da vorne macht gerade der Pfau ein Rad. Und jetzt gehen wir das mal gerne. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht, wo bin ich mal loszulegen? Wie die Lippe von den Texten kostet mich. Ich bin nur ein Touris in dem Port del Quai. Ich bin nur ein Tobu, ein wenig Nonsens. Ich habe keinen Plan. Ich schaue nur so, wirke souverän. Weil das gehört zu der Show. Saludino. Das erste Mal auf dem Matilda Visits Video. Genau. Was ist dein Job heute? Ich denke, MRV. Jetzt habe ich für alles. Ich habe mir meine erste Pflicht. Genau. Ja, ich bin nur noch nicht. Malanda, Melinda, du sagst du, du würdest das als Pflicht haben? Definitiv nicht. Oh! Oh, der TAP ist nicht immer. Ich kann das nicht mehr geboten. Jetzt, ich kann doch sagen, was sie wollen. Sie pressen es gleich so. Doch sie schafft sie dazu, macht die Sachsempfels besser. Verkauft sie weg. Wir wissen nicht, wie sie als Frau in dem Männer dominiert. Hippata. Sie kann mich nicht beschweren, über Taylor��. Aber ich will darüber reden, über das Leben und der Tod. Über Musik und Vögel-U, lesen und kochen. Löffeln verbiegen, Verschwörungstheorie. Geht? Peacock? Ich denke, du kannst du auch essen. Aber die Frage ist, was du? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Mann! 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 Genau ich komme. gerade gleich auch meinetically. SHARK MINIET! SHARK MINIET! Was machst du, Darlene? Du kennst das von Francesca? Was? Sie sehen, wie du sie fühlst. Wie du sie fühlst. Sie sehen! Sie sehen! Sie sehen!